Hallo zusammen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei Let's Play Sudiki. So, wir sind jetzt hier angekommen in der letzten Folge im Dorf Shadanimo. Da oben in dem Krimaladen sind wir schon gewesen und da unten haben wir festgestellt, dass es ein kleines Geheimnis gibt. Das möchte ich mal gerne mit der guten Eilish öffnen, um zu gucken, was dann passiert. Okay, können wir da jetzt hineingehen oder? Dieser Ort ist den Shadani heilig, nur Buki darf ihn betreten. Oh, okay. Gut. Aber dafür brauchst du ja offensichtlich Eilish, damit überhaupt das Tor da aufgeht, aber naja. Gut, gut. Oh, da sind wir angekommen. Die Shadani sind ein altes Volk, dessen Leben von Tradition und Mystik bestimmt wird. Es ist Brauch, dass ein Dorf über einen Häuptling und einen Druiden verfügt. Die Geschichte und Kultur an spätere Generationen weitergeben. Viele Bewohner des Dorfes sind wegen der gegenwärtigen Probleme im Tempel gegangen. Daher ist es halb verlassen. Ja, das Deutsch lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Bei mir ja auch manchmal, aber hier ist das wirklich schon extrem aufgefallen, finde ich. Aber gut. Ja, ich mag die Shadani sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Volk, von dem man eine Menge lernen kann, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich haben sie auch ihre Eigenarten, aber das hat ja jedes Völkchen so an sich. Eine Mühle, die ein ganzes Volk inmitten einer Wüste versorgt. Wer die wohl gebaut hat? Tja. Wer weiß, wer weiß. So, hier haben wir gerade so einen... Ach süß. Hallo, du Kleiner. Oh, hier fehlt gerade der Ton, zumindest bei mir. Hallihallo. Seid ihr ein Krieger? Ich werde eines Tages ein berühmter Held. Ach süß. Wie willst du da so sicher sein? Ich bin ein Anhänger der Schwertkunst. Ja. Wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich aber auch nicht. Ich stelle mal gerade meine Musik ein bisschen lauter. Vielleicht habe ich es gerade auch einfach nur nicht vernommen. Ich probiere jetzt mal hier bei dem. Nee, irgendwie scheint der Sound da gerade ein bisschen rumzuspinnen. Seid willkommen als ein Freund der Shadani. Ja, vielen herzlichen Dank. Wen haben wir hier? Einen Schmieg, glaube ich, wenn ich jetzt richtig sehe. Oh. Ihr benötigt Waffen und Rüstung, wenn ihr in den Tempel wollt. Äh, was verkauft ihr denn? Waffen und Rüstung höchster Qualität. Warum? Im Tempel halten sich furchtbare Wesen auf. Sie sind ein Zeichen der Götter. Okay, lasst mal sehen, was ihr habt. Wenn ihr im Kampf überlegen sein möchtet, verzaubert eure Ausrüstung. Ja, jetzt haben wir ja hier die Hexenausrüstung, ne? Und ich weiß gar nicht, sind das, äh, Gulden, die wir da bezahlen müssen? Dann können wir uns das überhaupt nicht leisten. Ja. Ähm, Talisman. Der Spieler ist gegen die magischen, ach so, Gegengift. Ach, ja, kann man das, ne? Er hat nicht genug Gulden. Okay, wir haben echt wenig, ne? Auf Wiedersehen. Wir sollten wirklich mal ein bisschen was verkaufen. Geh ich mal von aus. Oh, können wir hier rein? Jawohl. Perfekt, Herr Lagerzelt. Oh, oh, oh. Die Kamera ist gerade echt ein bisschen bescheiden, um das mal freundlich auszudrücken. Ah, hier können wir mit Tal ein paar Kisten verschieben, um dann da an diese Schatztruhe zu kommen. Okay, gut zu wissen. So, ich frage mich gerade, es kommt bestimmt gleich eine Videosequenz, ne? Das wäre echt ärgerlich, wenn wir das dann irgendwie nicht, äh, hinkriegen, dass wir dann da, ähm, Sound haben. Deswegen unterbreche ich mal gerade die Aufnahme und, ähm, mach dann gleich weiter, wenn ich das Problem berogen habe. Bis gleich. Hallöchen. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich hoffe, ich habe es jetzt hinbekommen. Ich möchte es mal gerade testen. Ja, sie, äh, schnippt auf jeden Fall mit dem Finger und ich habe es gehört. Jetzt können wir nochmal da vorne mit dem Herrn reden. Vielleicht verstehen wir ihn ja jetzt. Oh, das ist total leise. Das ist zwar anders, aber es ist total leise. Das muss ich dann hinterher nochmal, denke ich, bearbeiten. Vielleicht hat, vielleicht haben die vorher auch schon geredet und nur ich habe das nicht, äh, ich habe das nicht wirklich gehört. Ich frage mich nur, warum das plötzlich so leise ist. Also irgendwie macht das Spiel mich hier ein bisschen kirre, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es immer mal wieder so ein paar Problemchen gibt, mit denen ich am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte. Aber na gut, hat man halt eine kleine Herausforderung. So. Ich versuche möglichst immer in einem Dorf, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, ob ich das hier in dem Spiel schon mal erklärt habe. Also wenn es etwas zum Erkunden gibt, dann möchte ich immer erst gerne alles erkunden, bevor ich dann wirklich weitermache mit der, ähm, mit der eigentlichen Aufgabe. Ich mag das halt super gerne, wenn man sich so ein bisschen Zeit nimmt und alles erkundet und dann, ähm, äh, 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 klettern. Und dann wirklich viele Kisten mit möglichst vielen Dorfbewohnern spricht und so weiter. Ich finde, irgendwie ist man das immer den Entwicklern so ein bisschen schuldig, wenn sie sich schon so eine Mühe geben. Oh, sollten wir da mal, ich traue mich gerade nicht. Ich habe Angst, dass wir dadurch irgendetwas auslösen, was wir noch nicht auslösen sollen. Deswegen kletter ich lieber mal wieder nach oben. Wie elegant sie auch die Leiter hochgeht, ne? Das ist natürlich schon so ein kleines Träumchen. Oh, zack, und da schwingt sie sich so nach oben. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Wir sind ja mit ihr schon mal irgendwo runtergeklettert in einen Brunnen. Aber das ist mir jetzt tatsächlich erst zum ersten Mal aufgefallen, dass sie da irgendwie so ganz elegant, äh, versucht, lang zu schreiten. Um es mal ladylike zu sagen. So habe ich mit dir schon gesprochen? Okay, das tut mir leid. Das klingt übel. Erzähl mir mehr davon. Da bin ich wohl zur falschen Zeit gekommen. Nein, erzähl mir erst mal mehr davon. Dann bin ich wohl zur falschen Zeit gekommen. Ja, ja, die Shardani sind ein Volk, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark sind. Grüner Eintopf, riecht komisch. Sieht auch komisch aus, wenn man mich fragt. Schmeckt aber vielleicht. Einatmendes Duft. Vorausstellt alle FP wieder her. Na, dann atme mal. Sehr schön. Ein sehr stolzes Volk sind sie auf jeden Fall. Und ein sehr kriegerisches Volk, das sich nicht so schnell unterkriegen lässt. Das finde ich so das Schöne an denen. So, Nikinis Gasthof. Hallo. Ach, du bist ja eine Süße. Habt ihr vielleicht ein Zimmer zu vermieten? Nee, auf Wiedersehen. Ich möchte jetzt erst mal nicht in einem Zimmerchen übernachten. Aber das ist ja richtig süß. Ne, öffnen. Was haben wir da? Ach, was ein Zufall. Das ist eine Kiste, die ich gar nicht wirklich wahrnehme. Aber 50 Gulden sind da immerhin drin. Oh, na, na, na. Ist doch schön. Das ist doch mal eine feine Sache. Also da kann man sich vielleicht mal ausruhen, wenn wir mit allen anderen unterwegs sind. Denn ich denke mal, dass sich diese Gruppe bald formieren wird. Dass wir dann mit unseren vier Charakteren halt einfach zusammen sind. Und nicht mehr mal mit dem, mal mit dem. Opals Zelt. Okay, ich habe erst Opals Zelt gelesen. Aber Opals Zelt oder Opals Zelt. Entschuldigung, mein verehrter Sohn Balaam hat in der Krieg für den Tempel. Oh nein. Es tut mir sehr leid. Danke für deine Sympathie. Ich habe ihn für ihn gekleckt, aber ich glaube, er wird sie jetzt nicht brauchen. Hier, vielleicht solltest du diese haben. Wir müssen niemals die Krieg aufgeben. Ach man, danke schön. Viele starben in diesem Krieg. Weitere werden folgen. Das sage ich ihr jetzt nicht. Das ist ja fies. Sowas will doch kein Mensch hören, der gerade sein Kind verloren hat. Um Gottes Willen. Gibt es etwas Schlimmeres auf der Welt, als den Tod seines eigenen Kindes mitzuerleben? Ich glaube nicht. Hier oben. Darf ich hier rein? Kannst du mal aufhören, mit deinem Speer hier irgendwie in mir rumzufuhrwerken? Ähm, Kollege. So. Zack. 150 Gulden. Menschenskinder, wir nehmen ja das ganze Dorf aus. Die Schadani tut mir ja ein bisschen leid, ne? Mein Gott. Vielleicht war das ein Versteck von irgendeinem Kind, das sich gedacht hat, Mensch, ich bin mal ganz geistreich und verstecke mein Taschengeld in einer dieser Vasen. Und dann kommen wir daher, machen einmal Schnipp und schon sind die 150 Gulden fort, die mit Sicherheit für einige Menschen ziemlich viel Geld sind. Oh, haha. Hier. Hihi. Kiste. Zack. Und was haben wir da Schönes drin? 100 Gulden. Alles klar. Ich denke, du bist bestimmt ein Verkäufer, oder? Oh. Na, gesendet ist jetzt nicht so der richtige Ausdruck, oder? Sind welche von meinen Freunden vorbeigekommen? Eure Freunde und Buki. Jagdsperr mitgenommen, da muss ich ja gleich mal nachgucken. Na, ich möchte bitte gerne ins... Ach, das kann ich gerade gar nicht. Okay, dann fragen wir erstmal, was er uns über Buki erzählen kann. Okay, ich hatte, um ehrlich zu sein, gehofft, dass du uns ein bisschen mehr erzählst, aber na gut, erstmal auf Wiedersehen, mein Gutes da. Auftragsbuch. Auch wenn sie damit den Zorn der Königin auf sich zieht, das haben wir ja schon. Tempel des Mo-Aufräumen vertreibt die Eindringlinge aus Mo's Tempel. Ja. Wir haben noch hier jetzt irgendwas Tolles bekommen. Rüstung, ja, die kennen wir ja schon, die Hexenrüstung. Monster-Kompendium. Hier steht übrigens, tötet beim Kampf gegen einen Wolof-Rudel zuerst den Anführer. Den hier, den roten, den immer. Ich denke mal, weil der sonst seinen Kollegen da ein paar Buffs gibt. Wertgegenstände, genau. Hier haben wir doch bestimmt irgendwo... Da, Jagdsperr. Zeremoniensperr des Schadani-Stamms, der von den Anthropomorphen, ich werde dieses Wort, glaube ich, niemals in einem Rutsch aussprechen können, gern als Freundschaftspfand verwendet wird. Nur die Schamanen des Stammes haben das Recht, fremd, einen solchen Sperr zu überreichen. Ach, du bist der Schamane. So, so. Alles klar. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass du uns diesen Sperr gegeben hast. Denn der hat ja offensichtlich eine ganz, 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 ganz große Bedeutung in eurer Kultur. Jetzt laufe ich hier einmal mit der Kirche ums Dorf, wie es so schön heißt. Aber das macht ja nichts. Jetzt haben wir hier wieder so einen leckeren Eintopf hier wohl. Hallo. Ja, die trinieren ja auch viel, nicht? Was kocht ihr denn Leckeres, fragen wir mal. Oh, ich habe noch einen. Ich weiß ja nicht, ob er dir schon was bringt, den einen, den wir da eingesammelt haben. Ähm, wo ist denn das? Ach hier, Röhrensuppe. Besorgt drei Klebspinnenröhren für Tamista. Okay, wir haben ja nur eine eingesammelt. Aber das mache ich gerne, wenn du damit was anfangen kannst und eine leckere Suppe kochst. Warum nicht? Man soll ja nicht zu vorschnell urteilen. Ich würde zwar nicht essen, weil Fisch drin ist und ich esse ja nun mal keine Tiere. Aber, ähm, ja. Wenn ich es tun würde, würde ich diese Suppe wahrscheinlich verküstigen. Weil man soll ja, wie gesagt, nicht vorschnell urteilen und immer erst probieren. Und dann gegebenenfalls meckern oder im besten Fall loben oder kritisieren. Konstruktive Kritik. 100 Gulden mitgenommen. Sehr, sehr schön. Auf einmal sprang jetzt übrigens die Musik mir total laut in die Ohren. Also ich weiß nicht, was da, was da los ist mit dem Spiel. Es spinnt, wo es nur spinnen kann. Videosound, alles. Maliks Zelt. Oh, hallo. I am Malik, Heldor of the Shadani people. Stay a while and I will explain more about our history. Stay a while and listen. So, na aus welchem Spiel war das? Was könnt ihr mir über die Shadani erzählen? Ach so, ich dachte jetzt, weißt du, der fängt hier an von wegen, ho, ich werde euch eine Geschichte erzählen und dann fragt man ihn irgendwas und dann ist das in einem Satz abgehandelt. Ist ja auch ein Traum. Was könnt ihr mir über die Arkoniten erzählen? Okay, vielen herzlichen Dank für deine ausführlichen Geschichten, mein Bester. Ich meine, ist ja süß, ne? So ist es ja nicht. Aber ich habe jetzt wirklich gedacht, er würde uns da ein bisschen mehr erzählen. Ach nee, ich wollte nicht reden, ich wollte überprüfen. Entschuldigt, auf Wiedersehen. Hier konnte ich doch gerade... Ah, jetzt. Na, das ist aber eine Fizzle-Arbeit. So. Schriftrollen über die Geschichte der Shadani gefunden. Okay, finde ich die jetzt auch irgendwie bei Wertgegenstände. Oh. Shadani-Geschichte Teil 1. Dies ist die heilige Geschichte von Mo Felida, den wir als Gott des Volkes der Shadani verehren. Hier wirst du erfahren, wie sich unser großer Katzenvater vor tausend Jahren mit drei anderen alten Helden zusammentat, um Haigu, den dunklen Engel, zu bekämpfen. Teil 2. Nachdem Mo und seine drei Kameraden Haigu bezwungen hatte, hatten, durchlebte unser Volk eine Zeit großen Leids. Unsere Vorfahren wurden vom Lichtimperium unterjocht und dennoch. Selbst heute dienen wir Illumina nur dem Worte nach. Teil 3. Verzagt nicht, Kinder Moos. Wir werden bald weiterziehen. Unsere wahre Heimat ist das Schattenreich, in das die Hälfte von uns floh, als Haigu die geeinte Welt entzweires. Wir haben Verwandte auf der anderen Seite und wir müssen jenen beistehen, die uns auf unseren Reisen zu diesem Ziel helfen können. Okay, ich hoffe, wir werden noch ein bisschen mehr finden. Etliche Schriftstücke, aber keine nützlichen. Ach, ich glaube, dass jedes Schriftstück nützlich ist, ehrlich gesagt. Ich finde sowas immer sehr, sehr spannend. Also ich mochte ja auch Geschichte in der Schule sehr, sehr gerne, weil ich mich da gerne über so die alten Kulturen und was nicht alles informiert habe. Also ich finde es übrigens sehr schön, dass wir hier so gut wie in jedes Zelt reinkommen können. Das finde ich sehr niedlich. Marfus Zelt. Hier hat aber auch jeder sein eigenes was. Ja, hier, mich zum Beispiel. Wo sind die ganzen Krieger? Ja, wo ist der Rest des Shadani-Stamms? Naja, weißt du, es gibt halt einfach Menschen und auch offensichtlich Shadani. Die sind halt einfach nicht zum Kämpfen geboren. Die können das halt einfach nicht. Und die fliehen nun mal. Die helfen dann anderweitig weiter, indem sie vielleicht Kranke versorgen oder indem sie sich um Kinder kümmern, die vielleicht Eltern verloren haben im Krieg oder was weiß ich. So ist das nun mal. Man kann ja nicht jeder, nicht jeder kann ein Krieger sein und irgendwie stark bewaffnet sich in den Kampf stellen. Waren wir hier schon? Das kommt mir so bekannt vor. Waren wir da drin? Ich gucke lieber nochmal nach. Das passiert mir auch voll oft, dass ich absolut die Orientierung verliere und einfach nicht mehr weiß, wo wir waren und wo nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Campushütte. Das sagt mir jetzt nichts. Ah, da haben wir wieder eine Kiste, die ich beinahe versehen hätte. Das ist aber bestimmt mit der Geld drin. 100 Golden. Sehr gut. Und da hinten geht es auch noch gleich weiter. Oh, wie schön das hier ist. Das ist ja ein niedliches kleines Zelt. 10 Golden mitgenommen. Ach, ist das süß hier. Ach, ist so knuffig. Aber der hat hier ein Feuerchen an, obwohl er nicht da ist. Oder sie, keine Ahnung. Das ist natürlich auch sehr gefährlich, ne? Sehr gefährlich. Bloß nicht nachmachen. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt weiter... Nee, wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin, um jetzt mit der Geschichte vorzufahren? Na, bin ich denn doof? Da offensichtlich nicht. Wir müssen... Ach, hier. Hier hoch. So, jetzt it. Jetzt haben wir es doch. Ja, ich habe einen Sperr bekommen. Ich treffe meine Freunde, um, um den Tempel zu kämpfen. Um, um. Vielen herzlichen Dank, mein Gutes da. Vielen, vielen herzlichen Dank. Die nehmen das hier aber auch sehr genau, ne? Aber so muss das ja auch sein, wahrscheinlich. Hallo, du. Sagenkuppe. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Was könnt ihr mir über diese Schnitzereien erzählen? Mhm, danke schön. Was könnt ihr mir über die Archoniten erzählen? Oh, okay. Auf Wiedersehen. Dankeschön für das kleine Gespräch. Sind wir... Wo sind wir denn gerade hergekommen? Da hinten? Können wir hier hoch? Ich weiß nicht, welcher gerade der richtige Weg ist. Ich nehme mal an, der Weg da unten ist der richtige Weg und nicht hier hoch zu klettern. Was auch immer das uns jetzt gebracht hat, hier hoch zu springen. Will sich mir gerade nicht so richtig erschließen, aber vielleicht können wir da irgendwas mal mit Elko oder mit Boogie machen, was ich gerade nicht gesehen habe. Ich bin, äh, verwirrt. Oh. Ich bin, äh, Ich bin, äh, aber du bist die Prinzessin. Du kannst nicht bleiben. Es ist zu gefährlich. Es ist für dein eigenes Wunsch. Was ist wenn etwas passiert? Es könnte mir einfach so schnell passieren auf der Weg zurück zum Kastel. Eine junge Prinzessin, verabschiede in die Unkwunschung durch ein Mitglied der Elite-Guard und der vertraubten Wissenschaftler. Das wäre nicht gut in front der König, würde es? Ich habe Arbeit zu machen. Du bist der Soldat, Tau. Wenn Ailis bleibt, dann ist sie deine Verantwortung. Entschuldigung, Herr Herr. Ja, und da haben wir auch schon den Salat, dass wir jetzt die Tante hier mit an der Backe haben. Die ist wirklich ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ne? Die nimmt sich einfach das Recht raus, überall mit dabei zu sein. Total egal, ob sie da mit anderen Gefahr bringt oder in Verlegenheit oder wie auch immer. Ja, vor allem, äh, strotzt die hier hin und, oh, ich habe dich überall gesucht und was weiß ich nicht alles. Mein Gott, lass den Jungen doch auch mal was alleine machen. Ach, immer diese Kletten. So, haben wir jetzt nicht gerade einen neuen Auftrag bekommen oder habe ich das irgendwie, vertreibt die alle Einträningen aus Moos Tempel? Ja, machen wir mal. Ähm, ich bin ganz froh, dass wir jetzt wieder mit ihmchen hier unterwegs sein können. Das ist mir nämlich viel lieber. Und ihr habt gerade gesehen, vielleicht in der Sequenz, dass, ähm, Herr Elko da hochgeflogen ist und Buki da hochgeklettert ist. Ähm, das ist so der Standard, den wir dann später auch, äh, ja, wahrnehmen können, wenn die anderen beiden dann auch dabei sind. Dann können wir überall hochfliegen und, äh, mit der Buki überlang klettern und was nicht alles. Hey, du da. Gut, du wiedersehen. Achso. Achso, du bist das. Okay, dich kennen wir ja schon, mein Bester. Na gut, ihr Lieben, dann soll es das mal wieder fürs Erste gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.